Harry Klein und Bürgermeister Wöller, Fritz Wepper ist tot Fritz Wepper ist tot. Der Schauspieler ist mit 82 Jahren gestorben. Man kannte ihn als Inspektor Harry Klein oder als listigen Bürgermeister Wöller. Doch das Schaffen Weppers umfasste viele weitere Rollen und brachte ihm weltweite Anerkennung. Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie sein Anwalt und guter Freund Norman Sünig der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur mitteilte. Er sei friedlich eingeschlafen. Wepper hatte die vergangenen Tage in einem Hospiz in Oberbayern verbracht. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Im Dezember 2023 war der beliebte Schauspieler wegen einer Blutvergiftung in ein Münchner Krankenhaus gekommen. Kurz darauf hatte er sich nach Angaben Sünigs noch auf dem Weg der Besserung befunden. Schon länger hatte Wepper um seine Gesundheit kämpfen müssen. Er war bereits am Herzen operiert worden und hatte sich mit aller Macht gegen den Krebs gewehrt. Fritz Wepper – Eine lange und erfolgreiche Karriere Vor allem ein Film machte Wepper berühmt. Es ist Ende April 1945, kurz vor Kriegsende. Der 16-jährige Albert Mutz sitzt mit sechs gleichaltrigen Jungen an einer Brücke, die sie gegen die heranrückenden alliierten Truppen verteidigen sollen. Es ist noch immer winterlich kalt. BR 24 Zeitreise, zum 80. Geburtstag von Fritz Wepper Albert, der alleine bei seiner Mutter heranwächst, während sein Vater an der Front kämpft, raunt, Krieg bei diesem Wetter müsste verboten werden. Wenig später ist die Kälte vergessen. Mutz und die anderen Jungen geraten unter Beschuss. Einer von ihnen wird getroffen, stirbt in Alberts Armen. Gebeugt über die Leiche stammelt der Junge, komm doch heim, komm doch heim. Die Brücke machte Wepper über Nacht berühmt. Es ist eine der ergreifendsten Szenen aus dem Film Die Brücke, in dem Regisseur Bernhard Wicke im Jahr 1959 seine persönlichen Kriegserinnerungen verarbeitete. Der Regisseur, aber auch seine Hauptdarsteller, darunter der damals 17-jährige Fritz Wepper, der den jungen Albert Mutz spielte. Denn auch für Wepper, dessen Vater nie von der Front zurückkehrte, bedeutete der Film, den Kritiker als einen der härtesten und bittersten Antikriegsfilme rühmten, die je über eine Leinwand liefen, eine Art Vergangenheitsbewältigung, und er machte ihn über Nacht berühmt. In den Folgejahren wurde Wepper für einen Film nach dem anderen engagiert. Ende der 60er Jahre erhielt er eine Rolle in der bis heute legendären Krimiserie der Kommissar und schaffte sogar den Sprung ins US-Filmgeschäft. Mit Lisa Minnelli in Cabaret Da sich der noch immer junge, aufstrebende Wepper nichts dauerhaft auf deutsche Produktionen beschränken wollte, strebte er nach neuen Herausforderungen. Die fand er 1972. Wenn gleich maßgeblich in den Bavaria Filmstudios in Grünwald bei München gedreht, verschaffte der Musical Film Cabaret, in dem Fritz Wepper neben Lisa Minnelli den aufreizend lässigen Emporkömmling Fritz Wendel verkörpert, den gebürtigen Münchner auch jenseits des großen Teichs große Bekanntheit und Sympathie. Dass die Handlung von manchem Kritiker als über weite Strecken unverbindlich und oberflächlich verschmäht wurde, sollte der Karriere Weppers keinen Abbruch tun. Im Gegenteil. Wenige Jahre später war der mittlerweile 33-Jährige beim US-Medienunternehmen MCA in New York zu Gast. Acht Anwälte hätten um ihn herum gesessen, erinnerte sich Wepper in einem Interview im Jahr 2014, und hätten ihm Rollen in gleich zwei Filmen vorgeschlagen, einen in Kanada, einen in den USA, zudem ein Theaterstück an Broadway. Doch er habe abgelehnt. Er habe ablehnen müssen, weil er in Deutschland unter Vertrag stand. Ein Vertrag für das Laufende, eine Option für das kommende Jahr. Hätte ich diese Option nicht gehabt, wäre alles okay gewesen, so aber habe ich den härtesten Satz gehört, den ich in meiner Laufbahn vernehmen musste, so Wepper. Fritz, forget it. Derek statt Hollywood Eine mögliche Karriere in Hollywood war damit gelaufen. Natürlich hätte ich es gerne gemacht, bekannte Wepper später, aber, kein Grund zur Beschwerde. Schließlich wurde er nach seiner Nebenrolle im Kommissar ab 1974 endgültig zum Dauergast in den deutschen Wohnzimmern. Als Inspektor Harry Klein ermittelte er in Derek insgesamt 24 Jahre lang an der Seite von Horst Tappert alias Oberinspektor Stefan Derek. In der ZDF-Serie verkörpert die Wepper das Idealbild des ergebenen Sidekicks. Harry, holt schon mal den Wagen, obwohl diese Zeile in keiner der 281 Folgen fiel, ist wohl kaum ein, wenn auch vermeintliches, Filmzitat so sehr mit einer Serie verbunden wie dieses. In mehr als 100 Ländern ausgestrahlt und unzählige Male parodiert, gibt es wohl kaum eine deutsche Serie, die ähnlich erfolgreich gelaufen und vermarktet worden wäre, und obwohl sie Derek hieß, wäre sie ohne Harry Klein nicht denkbar gewesen. Neustart mit über 60 Als die Serie 1998 auf Wunsch von Horst Tappert eingestellt wurde, bedeutete dies aber keineswegs das Ende. Bereits während der letzten Derek-Jahre hatte Fritz Wepper an der Seite seines Bruders Elmer die Krimi-Serie Zwei Brüder gedreht, die bis ins Jahr 2000 mit insgesamt 17 Folgen in Spielfilmlänge fortgeführt wurde. Einige Jahre später folgte gemeinsam mit seiner Tochter die Krimi-Rei-Mord in bester Gesellschaft. Ein regelrechter Neustart gelang dem mittlerweile 61-Jährigen dann im Jahr 2002, als er in Um Himmels Willen zum ersten Mal in die Rolle des Kaltenthaler Bürgermeisters Wolfgang Wöller schlüpfte. In beinahe 200 Folgen setzte Wepper mal mehr, mal weniger erfolgreich, alles daran, den Nonnen eines Orts ansässigen Klosters das Leben schwer zu machen. Dass die Serie wie einst Derek über die Jahre zu einer der erfolgreichsten deutschen Hauptabendserien werden sollte, hatten anfangs wohl noch nicht einmal die Auftraggeber der ARD gedacht. Stolzer Blick zurück Vor wenigen Jahren reiste Fritz Wepper noch einmal nach New York, wo er Lisa Minnelli wieder sah, mit der er fast 40 Jahre zuvor Kabarett gedreht hatte. An ihrer Seite entstand eine Art der Dokumentationen, die den fast sentimentalen Titel durch die Nacht mit Lisa Minnelli und Fritz Wepper tragen sollte. Kurz darauf stand er in der Krimi-Comedie Lindburgs Fall vor der Kamera, die ohne viel Fantasie als augenzwinkernde Reminiszenz auf die erfolgreichen Derek Jahre erkennbar ist. Fritz Wepper wirkte im Laufe seiner über 60-jährigen Karriere in über 50 Filmen und beinahe 550 Serien folgen meist als Hauptdarsteller mit. Dafür wurde er neben der goldenen Kamera und dem Bambi, fünf Auszeichnungen, auch mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis geehrt. Vor wenigen Jahren sagte Fritz Wepper in einem Interview, er blicke gerne auf die vielen Schauspieljahre in Bayern zurück. Diese, seine Heimat sei für ihn sehr wichtig, sprachlich, historisch, der Humor, die Weißwürste. Bruder Elmar Wepper war ebenfalls Schauspieler Ende Oktober war bereits sein Bruder Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Fritz Wepper hatte ihn zur Schauspielerei gebracht. Elmar Wepper war etwa in Doris Duries hochgelobt im Kinofilm Kirschblüten, Hanami zu sehen. Auch das Angen begeisterte die Wepper-Brüder, insbesondere das Fliegenfischen. Daraus ist ein wunderbares Ritual gewachsen, sagte Elmar Wepper einmal gegenüber der Bild am Sonntag. Wenn wir uns länger aus beruflichen Gründen aus den Augen verlieren, sagen wir, lass uns ans Wasser gehen. Danach den frischen Fang eine Viertelstunde räuchern, dazu einen sehr guten Wein, und dann erschöpfe sich das Gespräch in M, A und Prost, sagte Wepper. Doch etwas hatte der Ältere im Voraus, seine Spontanität würde ich mir manchmal wünschen, hatte Elmar mal über seinen großen Bruder gesagt. Gelegentlich standen beiden auch gemeinsam vor der Kamera, etwa in der Komödie 3 unter einer Decke. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat der Familie sein Beileid ausgesprochen. Fritz Wepper war wie sein Bruder Elmar ein bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne, schrieb Söder auf der Plattform X. Nun ist er mit seinem Bruder Elmar wieder im Himmel vereint. Gratul. impaired över tym